Oh shit, oh shit, oh shit Hab ich gesehen, hab ich gesehen, hab ich gesehen, hab ich gesehen, wo muss ich hin, wo muss ich hin? Oh Gott, ich kann nicht weg! Oh fuck Das ist der Kasse, das ist der Kasse Oh shit, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Oh shit Todaggressiv alle Leute hier Da muss ich den Generator einschalten, wetten Wo ist der Sack? Okay Leute, okay Oh, da, 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 da ist er, da ist er Mach den Scheiß an, mach den Scheiß an, oh fuck, oh fuck, oh fuck Ich kann den Typen nicht hinkommen Oh, Schock Und meine Batterie hält nicht ewig, Leute Erst wenn beide Generatoren an sind, das heißt ich muss auf jeden Fall, oh nein, oh nein Okay, er dreht wird und dreht um, das ist meine Chance, ich muss jetzt da umruf Aber ich darf nicht, ich darf nicht zu schnell sein Nicht zu gierig, nicht zu gierig, eins nach dem anderen Okay, mach das Licht da, mach den Nachtsicht aus Hat mich nicht gesehen, hat mich nicht gesehen, hat mich nicht gesehen, hat mich nicht gesehen Okay, sparsam sein, sparsam sein Okay, 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 wo ist der andere Generator? Kann ich hier irgendwas aufnehmen? Da kann ich mich dritter verstecken, okay? Oh man Batterie, Batterie Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Oh no Nimm den mit, nimm den mit, nimm den mit, nimm den mit Okay Oh Leute, sorry, es tut mir leid, ich bin gerade so überfordert Oh nein, oh nein Oh kacke Oh, oh Ist das fies, Alter Das ist so krass, das ist viel zu krass Hier gibt's nichts zu finden, oder? Keine Batterie oder so? Nein Oh, ist das grausam Leise auf, abgeschlossen, 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 abgeschlossen Hier ist eine Sackgasse, hier geht's überhaupt nicht weiter Oh Oh Oh, Mist, oh Mist, oh Mist, oh Mist Ich muss den anderen Generator finden, so viel ist klar Und dann muss ich in die Mitte laufen und beide dann aktivieren, dann ist der Strom wieder an Oh Oh Aber es ist nicht so einfach Oh Gott, okay So, langsam, 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 langsam Oh War ich hier schon mal? Ich bin mir nicht sicher Batterie Oh, ist das gut, das ist so gut Und es ist stockdunkel Oh, hier, jawoll, jawoll Jetzt muss ich, glaub ich, wieder zurück Und den Generator starten, ne? Oh, das ist so krass, dieser Verfolgungswahn Ah, ach, du Scheiße Oh, fuck Ach, du Scheiße Und ich bin tot, ich bin so tot Mach die Tür zu Oh 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 Gott, oh no Oh, oh no Oh, oh Nein, Leute Oh 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 nein Oh Okay Oh, oh, jeez Oh 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 Ich trau mich nicht raus zu gehen Nachladen, nachladen Mach Batterie rein, mach Batterie rein Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Toll, die Tür wird mir nicht mehr helfen Und da steht der hinter der Ecke War ja klar, wirklich Ich muss da vorbeikommen Ah, verdammt Stehst du jetzt wieder da? Nein Ah, wie, wie eckehaft, eckehaft, wie eckehaft, 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 eckehaft Der ist im Wasser Oh Scheiße Oh Shit Jesus, das war's, 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 ich habe keine Möglichkeit, mich zu verstecken. Kann ich mich da drunter verstecken? Ich habe mich da drunter verstecken! Das ist so offensichtlich! du bist so dumm und ich liebe dich dafür das ist meine chance das war's ich bin tot spring drüber junge mach jetzt den kack an mach den kack an nein beide generator ich hab's immer noch nicht geschneid oh fuck wie mach ich denn das jetzt am besten oh shit oh shit oh scheiße oh 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 ist das ist das ich hab keine ahnung wo ich bin oh ist das ekelhaft ja leute das spiel ist einfach krank tut mir leid ah jetzt bin ich wieder hier ja hier ist der fette irgendwo toll danke für nichts oh gott ey das ist viel zu krank ich hab ja ne kleine pause gemacht und das ist kein fake ich habe mir einen tee gemacht und zwar einen körper und geist um ein bisschen runter zu kommen und warum tue ich mir das überhaupt an jetzt gehe ich schon wieder zurück und muss diesen anderen verschissenen generator finden ach das ist so oh man das ist so unnötig alles das ist so weißt du diese diese masochistische ader sich selbst schaden zuzufügen und euren sadismus euch daran auch noch zu feiern er macht mich verrückt ok da ist er dieser mieser hund und wo geht er hin kommt er zu mir nein das problem ist das ist echt nicht simpel ich sehe nicht wo er ist die musik sagt dass er in der nähe ist oder da ist er da ist er ich gehe wieder zurück ok der hat doch so seine kleine rute kann das sein nein hat er nicht verflucht das gejammer von dem hilft auch nicht weiter wo ist der ist er da habe ich den gerade da gesehen nein da hängt nur einer ok ich habe keine ahnung wo der sack ist oh shit oh man ey das ist aber auch schwer verflucht oh kacke überlebe ich nicht überlebe ich nicht die tür ist schon kaputt äh noch einschlagen und ich bin weg oder oh shit das ist ah nein oh fuck ich laufe ihm in die arme da 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 der ist so nah wie soll ich denn das schaffen ich muss da hoch und die tür zu knallen tür zu knallen tür zu knallen ok so ok und jetzt verstecke ich mich hier drunter oh nein 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 das ist so scheiße schwer verflucht fuck genau für den himmel verschwunden das ist aber auch tricky wie soll ich denn das schaffen den habe ich aktiviert verstehe ich aber jetzt habe ich wenigstens eine bessere ausgangsposition glaube ich ok da hätten habe ich ihn laufen sehen oh was ist das für ein unfairer drecksack boah uncool uncool alter uncool und er spürt wo wir sind immer irgendwie abgeschlossen ja das war die tür die abgeschlossen war toll das heißt jeder raum kann man sich irgendwie einmal verstecken und wenn das nicht reicht war es das ich weiß nicht wo der andere generator ist hier war ich auf jeden fall schon da bin ich mir ziemlich sicher oh kacke wo ist er wo ist er wieso kommt diese reutige musik da ist er da ist er da ist er da ist er da war es als ob er mich spüren würde ja ist klar riechst du mich oder was oh no way na gut ich würde jetzt nun trotzdem gerne mal den mir gehen die batterien aus und ich brauche den generator den letzten das ist das ist das ist den habe ich den habe ich so dass das war der zweite aber wie viel generator gibt es hier noch habe ich hier etwas über vergessen irgendwas übersehen ich glaube nicht oder ich glaube vom vom hauptraum muss noch irgendwo was abgehen das hängt ja doch bestimmt schon wieder direkt dahinter nein die musik ey warum die musik warum ich muss warten da kommt jetzt bestimmt ich muss mit meiner das hier ist alles abgefrühstückt hier habe ich alles abgehakt ich muss da raus in den haupt was was auch immer das ist kommt nicht hier lang oder das licht hier ist echt ekelhaft Bitte komm mir nicht entgegen, bitte komm mir nicht entgegen, bitte komm mir nicht entgegen, bitte komm mir nicht entgegen Oh no Links oder rechts rum? Geht er links oder rechts rum? Rechts, links rum Es muss hier noch irgendeine andere Abzweigung geben Irgendwas muss hier noch geben, da vielleicht da hoch Da oben ist er drinnen Oh man ey, wie du mir mal alles versaust Okay da hoch, da hoch, da hoch, da hoch Jawohl, das ist es, das ist es Anmachen und dann verstecken Geht er rein, geht er rein, geht er rein, geht er rein Okay, okay, okay Lass mich erstmal kommen, der hat bestimmt gehört Hörst du doch da? Ja, war klar Nein, 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 nein Ernsthaft, der guckt in die Spinde rein Jetzt muss ich in die Mitte Er ist wieder im Wasser Da hinten, der geht da hinten hoch Jawohl, ich liebe dich Ich liebe dich Geh da hinten hin, da interessiert niemand irgendwas, was du da tust Das ist so gut, das ist so gut von dir Und jetzt hier Licht an und abhauen Ich bin draußen Lieber Baseballschläger Kein Interesse Batterie, 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 Batterie So und jetzt muss ich doch wieder hoch Und dann Ja und dann Ich glaube durch den Haupteingang Hab ich nicht vorhin irgendwie den Strom zum Haupteingang aufgemacht Angemacht Oh, das sind meine eigenen Schritte, die mich hier gerade zum Wahnsinn treiben Und der Fette läuft ja auch noch irgendwo rum War ich hier drinnen? Nee, konnte ich nicht hören Toll, und wenn jetzt jemand wieder das Licht ausmacht, muss ich wieder runter tiekeln Und dann denselben Kram wieder machen Jetzt aber jetzt hier Kann ich doch eigentlich Nix kann ich Dreck kann ich Oh, hier ist ein Fenster Warum kann ich das nicht kaputt machen und abhauen? Batterie, Batterie, Batterie Jawohl So nah und doch so fern die Freiheit Okay Jetzt müssen wir mit Bedacht vorgehen hier Die Atmosphäre, die erdrückt mich förmlich mit ihrem Gewicht Dürfen wir auch nicht so viel im Oh, das ist so Ich sehe hinter jeder Ecke irgendwas stehen Oder irgendwas rumkreuchen und fleuchen Ich gehe jetzt mal zurück in den Sicherheitsraum Oh, die Reflexion Ich dachte schon wieder Mann Bin nur getrollt hier von allem Hier habe ich alles aufgenommen Oh, ist das ekelhaft Oh, Leute Oh, Leute Mir geht der Arsch auf Grundeis Oh, ist das krass Ich weiß gar nicht, wie ich sowas wie Silent Hill PT aushalten soll Wenn das mal dann draußen ist Das wird auch lebensverändernd sein Da, jetzt hier kann ich doch Genau, jetzt Nein, 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 nein Wie ich ein Sorry, mein son I didn't want to have to do this to you But you can't leave Not yet There ist so much yet For you to witness Oh, das ist ja Will you see it? Can you? Our Lord The Wall Rider Tearing his truth Into the unbelievers The only way out of this place Is the truth Accept the gospel All the doors Will open before you All doors will open before you All doors will open before you Vielen Dank.